Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ja, wir haben im letzten Part, also wir sind immer noch hier im Ende der Weide, immer noch der absoluten Hölle. Und wir haben im letzten Part den Weidensteins besiegt. Und, ja, sind jetzt gerade immer noch generell hier, oh Gott, äh, ähm, 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 also, was mach ich denn jetzt, ähm, aua, das, das vielleicht nicht. Tschöö. Aua. Okay. Äh, wir sind noch dabei, aua, die ganzen, äh, Dornenherzen, glaube ich, hießen die so? Ich weiß es gar nicht, ich kann gerade nicht nachgucken. Moment. So. Äh, die ganzen Rankenherzen zu zerstören, um den Weg zur alten Weide, ähm, wieder freizulegen. Und, ja, das ist, äh, ja. Interessant. Ich habe den richtigen Weg hier, keine Ahnung. Ähm, ja, mhm, ja. Ja, ich muss hier lang, um da hinzukommen. Okay, dann gehe ich erst mal hier lang. Ich meine, nach oben kann ich auch noch gehen und da auch noch hin. Aber ich gehe jetzt nur nach unten. Ich hasse diese Laserviecher, ne? Ich hasse sie so unfassbar sehr. Das ist unglaublich. Ähm, da. Nein, gibt, gibt doch irgendwas. Los, mach was. Machst du bitte mal was? Eigene Güte. Hallo. Ja, ja. Alles ist entspannt. Mein Freund. Ich gehe mal kurz speichern. Einfach nur, weil ich kann Bock, heute den ganzen Weg wieder runter zu rennen. Warte, ey, gespeichert. Haua. Euch habe ich vergessen. Stimmt. Euch gibt es ja auch noch. Ihr seid immer noch so nervig wie eh und je. Okay, wir sind wieder am Anfang. Da, wo ich hin wollte. So, ich muss nach rechts. Was? Ja, das kann ich vergessen. Da komme ich gar nicht hoch. Ähm. Obwohl, ne, warte. Ja, doch. Das könnte klappen. Könnte klappen. Gott, das wird ja lustig. Haha. Okay. Alles easy. Wäre schön. Das lief ganz gut. Theoretisch hat man auch, hat man auch oben gekonnt. Und ja, muss ich auch, weil er goleckert ist. Ach, nee. Oh, hallo. Ich würde gerne speichern eigentlich. Wäre das möglich? Hä? Was ist denn das? Äh. Nicht dumm. Anscheinend. Ich weiß ja, das speichert. Also kann ich jetzt ganz kurz eben. Try, da hochzukommen. Nein, geht's. Ich hab die falsche. Ich hab zweimal die falsche Taste gedrückt. Wow. Das war ja schon erfolgreich, du. Hui. Oh, das ist. Oh, da ist Zeug dran. Das sollte vielleicht nicht hingehen. Das wäre nicht so angenehm. Sehr schön. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein. Thank you. Das lief ganz gut. Fast ohne zu sterben. Während ich, äh, war fast ohne Schaden zu nehmen. Vielleicht gestorben ich ja eh nicht. Aber fast ohne Schaden zu nehmen. Wenn ich da jetzt nicht gegen dich verschwere. Da unten. Also, jetzt gerade auch. Aber davor war es schlimmer. Ich glaube, ich heile mich mal ganz kurz. So. Das unten sieht ziemlich tödlich aus. Da möchte ich ehrlich gesagt eher weniger rein. Ah, genau rein. Nein, ich... Ey. Boah, ich habe mich ja immer komplett wieder zurückgeworfen. Arschloch. Nein. Was sind denn immer diese Viecher? Was soll das? Hört auch mal mit. Hi. Oh Gott, das war ein bisschen zu stark. Ich dachte, ich wollte mich eigentlich an die Wand erstmal da drunter klatschen. Aber ich dachte, ich so, nö. Gehe es direkt und werde nach oben. Ach, Mensch. Das war nicht. Ich wollte einen geschießen. Äh, oh, oh. Hallo. Ähm. Was nun? Hilfe. Mach doch sowas nicht. Ich habe die aus... Oh. Ich habe die ja nicht ausgerüstet. Wo war das genau? Ich habe vergessen, dass ich das Ding nicht ausgerüstet habe. Ich finde es nicht, weil du... Es ist Star Starter. Holy shit, war das genau. Hä? Ach so. Ah. Gebt mir das Leben. Hä? Geht jetzt gerade irgendwas? Oh. Okay. So. Weg mit dir. Okay. Nächste Rankenherz ist weg. Wundervoll. Oder es bleibt im Portal zwischen. Ich muss den ganzen Weg nicht zurückgehen. Ah. Deswegen war das... Aha. Deswegen war das hier zu. So. Okay. Hier bin ich auch fertig. Da oben ist noch ein Ding. Das hole ich mir, glaube ich, mal. Ohne vielleicht dabei zu sterben. Wo komme ich denn da hin? Oh Gott. Hilfe. Ja gut, das ist ja easy. Boah, das ist lange... Boah, Alter, war dieser lange Strahl lang. Was war denn das? Okay. Ähm... Dann müssen wir einmal nach da oben. Bevor ich den ganzen Weg wieder hochklettere, kann ich mich da hin porten. Das nehme ich mir raus, das Recht. Ich habe ja immer noch die Frage, wie ich da hinkommen soll, ne? Ist das hier irgendwie beim stillen Wald wirklich? Oder ist das noch ein... Na, weil es ist eigentlich keine Karte, die ich noch nicht freigeschaltet habe, weil... Ich habe ja alle Karten. Ist das komische? Aber dann müsste theoretisch auch das hier angezeigt werden, wenn es im stillen Wald ist. Ist das ein Geisterschlitter und die Ende... Das Ende der Prüfung. Das ist halt sehr komisch. Egal, wir werden uns da drum kümmern, sofern ich dann... Ähm... Die ganzen Geister... Die ganzen, äh... Kranken... Krankenherzen jetzt zerstört habe. Denn bevor ich natürlich da reingehe... Zur Weide... Werde ich natürlich mich erstmal... Da werde ich wirklich komplett alles beenden, was ich so noch beenden möchte. Hallo. So, wir werden gegenschlagen vielleicht. Hallo. Bitte. Hallo. Okay, nein. Schaut da. Oh, ich muss hier komplett... Oh, ich muss hier komplett zum Eingang klettern. Ach, hier seid ihr hier wieder. Aha, ich habe mich ganz vergessen. Cool, hallo. Ähm... Achso. Hier wahrscheinlich wieder auch. Ja. Hilfe. Hilfe. Don't do this to me, my friend. Wo muss ich denn hin? Alter. Oh nein. Hilfe. Aua. Sag mal. Haben sie sie noch alle? Ich glaube, es hackt. Nein, ich habe die Tasten wieder verwechselt. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht hinbekomme. Es geht so doof, diese Tasten in meinem Kopf zu behalten. Da ist ja Boden. Ich dachte gar nicht, ich werde sterben. Aber alles ist okay. Nein. Nein, nicht da... Nein. Ist das dein Ernst? Einen Millimeter neben dem Wohnweg. Ich glaube, das ist nicht. Da war's. Uri. Bitte geh da rein. Ich habe sowas von dashen gedrückt. Das ist ein Unglaub... Äh, also nicht dashen, sondern Dingels gedrückt. Ähm... Oh, der Uri dachte sich so, nö. Darauf habe ich gar keinen Bock. Da ist eine Tür. Wie komme ich da hin? Oh Gott, Hilfe. Ja gut, ich muss da runter. Achso. Okay. Das ist spannend. Aha. Aha, ja, achso. Hm, achso. Ah, ja, okay. Ah. Ja, alles klar. Was geht denn hier ab? Hilfe. Alter. Mein ganzer Controller vibriert einfach so sehr. Oh, hallo. Ähm. Nein, ich bin zufrieden. Tschüss. Das mache ich mal auf. Äh, was ist denn das? Oh, nee. Muss ich lang. Nach oben. Ja, okay. Nein, ich habe nicht mehr genug Schub. Okay, geil. Stimmt nicht, stimmt nicht. Aua. Ach, da ist ein Portal. Das habe ich gleich gesehen. Oh, Mensch. Das hätte ich mal vielleicht sehen sollen. Aua. Keiner. Wenn du mich tötest, ne, dann ist es aber vorbei. Ist der Kater durchgesprungen, mein Gott. Er ist aber durchs Portal gesprungen, ist gestorben. Okay, da ist nur ein Rankenherz, was ich holen muss. Heißt, ich gehe zurück. Sag, ich gehe zurück. Sag mal, Uri. Oh Gott, was hast du denn vor? Ja, genau da reinspringen anscheinend. Hilfe. Jetzt ist aber, jetzt ist aber, jetzt ist aber, also Uri, bitte. Nein. Aua. Egal. Hauptsache, ich lebe. Hä? Ist das denn ernst? Ist das Ding für mich einfach nach unten? Hä, wie komme ich jetzt? Oh. Jetzt ist es aber, jetzt ist es aber, nein, 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 ich will sterben. Ich werde das überleben, ist mir egal. Okay, warte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, hi. Ah, so, aua. Er ist doch gegen das Rankenherz gesprungen. Und weg damit. Oh. Okay. Alles easy. Auf zum nächsten Rankenherz. Wieso, halt, dieser Sprung ist aber so übertrieben stark. Ich unterschätze das mal total. Aua. Aua. Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es haben wollte. Als ob ich so krass zurückgeworfen wurde. Wow. Ach, Junge. Als ob ich genau die Kante mitgenommen hätte. Das war alles. Ich werde sowieso jetzt einfach sterben, aber egal. Okay. Das war nicht mit Absicht. Könntest du wieder in den Tod springen? Dankeschön. Ich liebe es, wie diese Eichhörnchen sich mal selber umbringen. Das ist ein Traum. Nehmt einem viel Arbeit ab. Na, geht doch. Und jetzt bitte einmal nicht da rein sprengen. Aua. Fast den Ausgang verpasst. Wo bin ich? Hilfe. Ähm. Achso. Hä? Was ist passiert? Achso, das ist bloß. Oh Gott, hallo. Ähm. Hm. Aua. Aua. Nein. Uri, bitte. Nein. Don't do this. Don't kill yourself. Mist. Ach, ich kann ja fliehen. Ach, ich kann ja fliehen. Oh mein Gott. Ich wollte da hochdashen, aber ich habe ja, hier ist ja Luft. Stimmt. Stimmt. Und sag ich mir, ich mache es mir einfach 10.000 Mal schwerer, als es eigentlich ist. Nein. Oh, egal. Nein. Oh, egal. Du hast den Ausgang hier. Ach, Mann. Weil er voll das neues Rankenherz. Weg damit. Ich würde fehlen noch eins, oder? Ja. Ein einziges fehlt noch. Okay. Ja. Hier ist was. Es hat sich wieder selber umgebracht. Diese Dinger sind so geil. Fliebe sie. Okay. Das war richtig krass verkackt. Letzte 30. Gehen. Hä? Ich bin noch. Er ist an der Wand hängen geblieben. Er hat sich an der Wand festgehalten. Oh, Uri. Ich sage es ja immer wieder. Nur das klebrige Ding ist echt praktisch. Und an vielen Stellen, aber auch manchmal ist es auch einfach unfassbar nervig. Als ob. Okay. Ich versuche es gar nicht erst. Ich warte auf den nächsten Ausgang. Sehr schön. So sieht das schon viel angenehmer aus. Goleck Erz. Ja, gut. Egal. Nein. Jetzt. Okay. Habe ich das Goleck Erz jetzt? Hat er, hat er gespeichert? Aua. Hat er gespeichert? Hat er. Weil die Karte, ich gehe da jetzt trotzdem. Ist mir egal. Ich will, dass die Karte auch aufgedeckt ist. Das Goleck Erz ist doch noch da. Er zeigt es mir einfach nicht mehr an. Interesting. Interesting, wirklich. Dass er auch nicht speichert, dass er jemand sowas einsammelt. Finde ich richtig cool. Mann. Als ob das... Da war keine Wand. Der Level Designer hasst Menschen, habe ich das Gefühl. Er baut einfach ständig an solchen knappen Sachen immer so Minispitzen ein, die einen dann doch noch festhalten, wodurch man dann stirbt. Oh. Och, Uri, bitte. Ich will doch nur das scheiß Goleck Erz haben. Das ist doch gerade auch schon geschafft. So, geht doch. Und das sogar in einem einen Durchraum. Das ist doch wundervoll. So. Why don't you save my friend? Why don't you like people? Hilfe, Hilfe. Ja. Sehr schön. So, perfekt. Dann würde ich auch direkt hiermit einmal einen Cut machen. Und sage bis zum nächsten Part von Ori and the Will of the Wisps. Und bis dahin. Sag ich ciao.